Okay, ready, ja? Hi Vogue, ich bin Crohn, heute zeige ich euch, was ich in meiner Tasche habe. So, was haben wir denn hier Schönes? Huiuiui, so viele Dinge. Okay, lass uns mal mit der Nummer eins hier anfangen. Maske. Die sind Bali entstanden, holzgeschnitzt. Und ich habe noch Licht eingebaut. Mal gucken, ob die Batterie voll ist. Ist noch voll, sieht man, Licht. Habe ich bemalt, hat mein Nachbar in Bali geschnitzt. Gibt es nur einmal auf der Welt. Und lieb ich. Maske darf nicht werden. Warum trage ich die Maske? Ich trage die Maske, weil ich damit nur ... Weil ich sage, es geht hier nicht um Aussehen, um das Gesicht. Es geht nicht um meine Persönlichkeit, es geht um die Musik. Und es kreiert auch wie eine Brand. Also, ich fühle mich wie ein Nike-Swoosh. Man wird mich niemals ohne Maske sehen. Dafür bin ich ... Dafür finde ich das viel zu gut. Man kann den Erfolg an- und ausschalten, egal wo ich hinkomme. Ich habe meine Ruhe. Deo, Gesichtscreme. Natürlich, ich habe jetzt nicht meinen ganzen Kulturbeutel hier drin. Aber der ist voll mit Zeug. Ich brauche Deo-Roller, ich brauche Gesichtscreme, Handcremes. Ich bin ein sehr gepflegter Mann. Immer saubere Nägel, saubere Finger, immer schön geduscht. Deswegen ... Hier, Pflegeprodukte, gut. Muss auch nicht teuer sein oder ... Super krass, Hauptsache sauber. Das hier ist Marc Jacobs, das beste Parfum der Welt. Ich habe es umgefüllt in kleine, ich habe mir so zehn Reise ... Reise-Dinger gekauft, weil das Große ist einfach viel zu groß. Und dann habe ich immer ... ... freshe ... ... zack, Parfums. Jeder denkt, es riecht nach Kokos. Aber es ist, glaube ich ... ... Feige oder so. Feige. Bombe. Ich bin ein kleiner Kamera-Freak. Ich habe ungefähr ... ... jede Kamera der Welt. Das hier ist meine Liebste, die Leica M. Ist eine M10, M9, aber hier steht Typ 240. Die ist digital, sieht sehr alt aus. Ich habe sie auch in Analog. Eine meiner Lieblingskameras, die ... ... Yashica T3. Ja, Shoutouts an Leica, beste Kamera der Welt gemacht. Bisschen teuer, aber geil. Filme benutze ich zum Knipsen am liebsten Portra. Aber die besten muss man nicht dafür, muss man nicht viel sagen. Portra und eine Yashica. Unschlagbar. Am liebsten fotografiere ich Menschen und Freunde eigentlich. Eigentlich bin ich immer der, der immer eine Kamera dabei hat. Überall alles knipst. Immer bin es ich. Ich habe schon acht Schuhschachteln voll mit entwickelten Bildern. Also wirklich ... tausende, tausende Bilder. Was ich auch ... ... meistens in letzter Zeit immer dabei habe. Das sind Pantonefächer. Farbfächer. Die ich brauche, um zum Beispiel Merch zu machen, wie hier. Merchandise. Ich mache die Schnitte, ich mache die Designs, ich muss die Farben abgeben. Und ich mag gute Farbkombinationen. Was ich immer dabei habe. Stifte. Hier habe ich jetzt einfach nur so Ölpastelle dabei. Aber ich habe meistens alles. Also ein Mäppchen voller Fineliner und Eddings und andere Kreidestifte oder Tinte und alles Mögliche. T-Shirt, T-Shirt-Marker, um auf Shirts zu machen. Deswegen ... Stifte. Immer ganz wichtig. Ich male ganz viel. Jeden Tag. Auf alles. Kommen wir zu den Büchern, die man malt. Genau, Bücher habe ich auch immer ganz viele dabei. Das geht zum Bücher. Molle Skin ist für mich so das Coolste, das Beste. Nur habe ich Angst, ich habe Angst vor weißen Seiten. Wenn ich da mal reingucke und dann seht ihr, es ist alles so blütenweiß. Und da wurde ein schöner Baum dafür gefällt. Und der liegt jetzt hier in meiner Hand und ich habe Angst davor. Ich bin wirklich so, das ist viel zu schön, wenn ich irgendwas verkacken würde. Deswegen habe ich oft auch Bücher, alte Bücher dabei vom Flohmarkt. Und bei denen tut es nicht so weh, wenn man da ... Wenn man da mal ... Da kann man einfach reinhauen, so. Gibt nicht. Und wenn dann was richtig Geiles da rauskommt und ich will es nochmal auf eine Leinwand machen, nehme ich mir das, klebe es an die Wand und male es auf eine Leinwand in groß. Die letzte Zeichnung, die ich gemacht habe hier ... Ja, ich saß vorm Spiegel nackt nach einer Dusche und dachte, so trifft es doch ganz genau meine Seele. Aber das meiste versuche ich aus dem Kopf, aus dem Kopf zu machen. Danach habe ich ewig gesucht. Das hier ist für mich das beste Teil aus meinem Studio. In Kombination natürlich mit einem Juno und meiner Stimme. Das hier ist ein Digitec Talker. Man kann auch sagen, das ist ein Vocoder. Und zwar dieser Vocoder, den Daft Punk benutzt hat. Für z.B. Und für alles, was sie machen. Wie geil klingt der bitte? Bleiben wir doch bei der Musik. Hier haben wir ein Album. Ich liebe es Leuten Dinge, Geschenke zu machen. Deswegen renne ich immer rum mit den Merch-Sachen und verteil an jeden, der will. Ja, ich habe mit dem Album auf jeden Fall versucht, so weit wie es geht, wieder an die Grenzen zu gehen, wo ich hin kann. Also es ist nicht klassisch Rap einfach, sondern ich habe Rap genommen und auf der Drippy Seite habe ich es komplett durch Woodstock, durch den Matsch gezogen. Und ich liebe es. Da steckt auf jeden Fall auch Bali mit drin. Ganz wie Sonne. Bali ist natürlich für mich schon so ein Ort, an den ich ganz gerne gehe, um die Seele baumeln zu lassen. Erdbeutel, immer dabei. Ein kleines Basic. Der hier ist sehr speziell. Von meiner Schwester. Schwester Herzian. Die malt auch. Sie ist die verrückteste Frau, die ich kenne. Und sie macht auch Geldbeutel. Und weil ich die Größe gut finde, dachte ich, den will ich, den habe ich. Mit dem bin ich unterwegs. Kommen wir denn ein bisschen zum Business-Bereich. Was ich brauche, um Designs zu machen, ist mein Laptop, iPads, Airpods für irgendwelche Zoom-Calls. Ich habe auch in der Schule immer mehr gemalt als aufgepasst eigentlich. Immer schon. Ich habe immer gemalt. Und wenn kein Papier mehr da war, ging es auf dem Tisch weiter. Und immer Ärger bekommen. Immer rausgeflogen. Lehrer haben immer gemeint, dass hier wird nichts. Bis ich von der Schule geflogen bin sogar. So die besten Fächer in der Schule waren Sport, Kunst, Musik ein bisschen weniger. Weil in der Schule war ich sehr enttäuscht vom Musikunterricht. Da ging es nicht um, ja, wir machen Musik und Dinge, die Spaß machen und sonst irgendwas. Da ging es eher um langweilige, trockene Fragen, wo Mozart 1900 gewohnt hat. Und, ja, ich habe hier noch eine Sonnenbrille von einem Kumpel, Alex aus Bali. Kaput. Oder wie es er sagen würde, kaputte. Er hat ganz viel, ganz viel nice geschnitten. Und wahrscheinlich werde ich in Zukunft mit ihm auch eine machen. Deswegen, geil, sehr genial dabei zu haben, eine Tätowiermaschine. Sehr klein, aber fein. Ich tätowier ganz viel, ich tätowier mir zum Beispiel jedes Jahr einen neuen Strich. Für jedes Lebensjahr gibt es einen Strich. Ich hoffe, ich schaff das Quadrat hier irgendwann mal voll zu machen. Und sonst auch benutze ich meinen Körper gerne als kleine Leinwand und das gefährlich eine Tätowiermaschine zu haben. Wenn man dann da sitzt und aus Langeweile fängt man an, sich Sachen drauf zu malen und denkt sich, oh. Wie oft hatte ich schon das ganze Bein vollgemalt mit Edding. Dann war es so, ja, let's go. Und dann hat das Telefon geklingelt und danach doch nicht kommt. Ich glaube, worauf ich sehr stolz bin und was nicht in die Tasche passt, ist meine Geduld. Eigentlich bin ich ein sehr ungeduldiger Mensch, eigentlich will ich Dinge sofort. Und wenn ich eine Idee habe, dann muss es jetzt sein. Darin kommt auch der Antrieb. Aber diese Geduld, die Maske nicht abzusetzen und auf dieses große Bild hinzuzuarbeiten und immer wieder einfach weiterzumachen und weiterzumachen und an der Vision zu arbeiten, bis sie irgendwann da steht, wo auch immer das Ende sein wird, Darauf bin ich auf jeden Fall sehr stolz. Als nächstes für Vogue in the Bag würde ich gerne Bad Chief sehen und was er dabei hat. Zeig mal, zeig mal, was du hast. Sieht blank, Junge. So, wir sind fertig. Zieh mich wieder an. Ich pack mein Zeug zusammen. Das war's, Vogue in the Bag. Mit Kali Sito, aka Kali to Love. Und wenn ihr noch weitere Videos von Vogue sehen wollt, dann gibt's es hier. Ansonsten abonniert natürlich überall alles, lasst tausend wunderschöne Kommentare da. Liebe an euch. Dankeschön. Ich bin raus. Ich bin raus. Danke, Junge. Jetzt präge dich. Okay, ich bin raus. Ich bin raus. Dann befindet sich das Schnaufe. Ja, gerne auf die Kali. Okay, ich bin raus. Dann geht's周éri.